Gordon, hier, 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 hier. Schnell. Ja, Schild, Schild. Wenn ich das Trivio schon alleine töten muss, dann muss ich mir auch mal ein bisschen Zeit lassen, Mensch. Unseren. Ich gehe weiter. Ich muss nachladen. Oh, du Scheiße. Wird peinlich. Weißt du, noch zwei Gegner? Ja, hier ist keiner mehr. Ja. Kommt zu erschaffen. Ja, schmacken wieder 28 Kills. Runden wahrscheinlich, oder? Jetzt kämpfen die euch von dem Busch in die Sterbe. Genau, nein. Die kämen safe bei Rocky. Oder? Das war's. Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, okay. 28 kills gute runde beim leben ich bin auch bereit jetzt muss ich so ein bisschen mehr munition hallo hallo alter hallo ich will über einmal in seinem leben reden und dann verschlägt es eine sprache ja das ist der druck der immer ständig lastet weil ich da bin eine zu hohe präsenz für mich das gegner hol ihn dir warum hast du dich nicht gehalten du hast verbannt ich weiß warum hast du dich da nicht weil ich dumm bin ja das stimmt allerdings eigentlich ist der erste Weg zur Besserung du hast es selber gesagt was ist das denn ich weiß das ist eine Lampe ich habe so einen hässlichen Skin gesehen wer dieser Camille Skin diese Maus da diese oh mein Gott der wollte mich gerade noskopen und der hat getroffen das ist gut dass er trifft ja ja ich will dich jetzt erstmal heilen und direkt daneben steht ein Gegner neben dir steht kein Gegner ja stell dich doch noch offener hin der steht über mir der steht über mir der steht über mir ich weiß dass die alle über mir sind der hat ich dachte gerade das wäre ein Gegner nee Enrico ist auch ein Gegner ja wir hätten sie ab vom Sieg Vorsicht da kommt ein Gegner die Runde die Runde war so kurz die Runde war so kurz kannst du den holen du hast es meinen doch mitbringen können hallo die ist leer oh mein Gott der wird ja für 30 Minuten Kevin komm her wir sind der Drache joo hallo danke äh bitte hab ich vergessen bitte danke äh ist abgekühlt nein es ist kochen heiß und sich gekippt sauber was späte Gruppen keine nein nein achso weil das bei mir steht ich muss noch eine Schere holen oh schau verdammt schau verdammt das was ich aber weiß dass ich grad so anders am zerstören soll ah hier oben sind welche ich hab mich grad gekriegt headshot 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 oh mein Gott ja Enrico ich wollte auf Headshot gehen und der ist zu viel so gut auf dem weg der man haben schön krass drauf oh man ich will nicht schon wieder alleine gehen ich glaub das musst du ja der versteckt sich ey mark ihr wollt mich doch alle grad verklafen äh in die kratzen wollen die willst du nicht ja du hast es schön warm und kriegst drei Mahlzeiten echt so ganz coole Räume oh der war krank der hat Kopfschmerzen mindestens die er in dem Errichtung für er schon mal bei jetzt mit zu können kommen Hallo Heiner ich gehe jetzt schnell zu gucken komm du zu mir jetzt ja der hielt sich der heilt sich der heilt sich der heilt sich so meine Freunde und auch manchmal keinen da ich bin wieder da ey der ist wieder da der da ah das kräpte mein Headset Kabel komm 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 Könnte mich bereit machen, weil Lara in der Lobby ist. MC Rossi Shop, alles was ihr braucht.